Huijuiui, Weinkauf! Zeig dir mal seine ganze Klasse. Abgefälscht und Weinkauf! Stark! Sehr gut gehalten vom Duisburger Keeper. Carsten Janker. Gewünscht und dann ein Geschenk bekommen von meinen Eltern, weil es die wahrscheinlich im Doppelpack gab und mein Bruder nicht dasselbe bekommen haben, damit es keinen Stress gibt. Ich glaube wir wollten im Partnerlook irgendwie zum Fasching oder so gehen als Fußball. Dass ich nicht in Urlaub geflogen bin, weil mein Reisepass abgelaufen war. Ich bin sogar extra noch zum Amt gegangen und habe mir einen vorübergehenden Reisepass aufstellen lassen. Ich wollte in die Emirate fliegen im Winter. Und dann stand ich am Flughafen und konnte nicht fliegen. Ich saß danach dann glaube ich drei Tage später bei Bayern auf der Bank. Es stand mal, als ich München verlassen habe, stand plötzlich ein Fan von meiner Tür und wollte sich einfach nur noch mal bedanken. Fand ich cool. Ich möchte mal nach Amerika, dann würde ich gerne mal einen Fallschirmsprung machen. Einmal irgendwo in Kanada oder Skandinavien fischen gehen mit meinem Bruder und meinem Cousin. Die zwei Spiele gegen Waldorf Mannheim haben mich schon verärgert. Was ist hier los? 4-3 für Mannheim! Du wirst hier komplett irre! Weil wir beide Male geführt haben und dann beide Male noch verloren haben. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.